ARD Text im Auftrag von Funk Väter müssen nicht alles wissen Grüß Gott, haben Sie auch Tintenfischringer? Was wollen Sie? Tintenfischringer Sehen Sie Ihren Meer oder einen Kühlwagen mit der Aufschrift Frischdienst aus Griechenland? So etwas verkaufe ich nicht Nicht einmal einem ahnungslosen Trottel Das sind Sie immer so unfreundlich Ja Fred Das ist doch wahr Du, Rieke Der Schorsch hat längst schon eine andere gehabt Nein, ist er deshalb nach Stuttgart gezogen? Ich weiß nicht auf alle Fälle die Charlotte Die hat ihn bei der Scheidung dafür bluten lassen Leute, er ist Fisch, der ist frei von Giftstoffen Die Charlotte hat eine riesen Überraschung Kommt zum Infoamt von den Landfragen Jetzt hört doch auf, Mensch Was ist denn schon wieder los mit dir? Leute, er ist Fisch Leute, er ist Fisch Selbstgezüchtet Selbstgezüchtet Es ist kein Wunder, dass die Tochter nicht in den Betrieb einsteigen wollte Genau das frustriert ihn ja Selbstgezüchtet Seit drei Jahren Er kommt drüber hinweg, dass die Katrin nichts von Fischen wissen will Er weiß es nur noch nicht Charlotte Wir haben gerade von dir gesprochen Ich will gar nicht drüber reden Eine große, schöne Forelle, bitte Seit wann isst du Fisch? Das ist für meine Katzen Seit der Scheidung sind die noch anhänglicher als früher, wenn ich die nicht hätte Pass mal auf, Charlotte Für deine perversen Anfälle von Tierliebe sind meine Fische zu schade Das muss ich mir nicht gefallen lassen Natürlich bekommst du deinen Fisch, Charlotte Fred meint es nicht so Eher verfüttere ich deine Katzen an meine Fische Wir sprechen uns noch, Fred Sadler Lass deine schlechte Laune nicht an den Kunden aus Ich habe keine schlechte Laune, ich habe schlechte Kunden Ist dir eigentlich klar, dass Charlotte uns mit Fischstätzigen und Fischfutter beliefert? Noch Frag meinen Vater was über Fische Fische? Das funktioniert immer Okay Ist das der, der unsere Weihnachtsplätzchen weggefressen hat? Den hat Katrin schon an Silvester verlassen Mir erzählt ja keiner was Du hörst einfach nicht zu, mein Schatz Katrinchen! Katrinchen! Das ist Hans Hans Klein Hallo Wir Wir wohnen zusammen Was hat Katrin gesagt? Wir wohnen zusammen Dann habe ich richtig verstanden Willkommen in Reutberg Danke Das ist Fred Sadler, mein Mann Und das ist Xaver Stamberger, unsere gute Seele Ich hatte ja auch mal Fische Coopies also In dem Aquarium Haben es auch nicht lange gemacht Aber vielleicht können Sie mir ja einen Tipp geben Ach wissen Sie, es gibt Leute, denen gehen selbst die Fischstäbchen ein Das ist wirklich Bist du glücklich? Hans kann so gut zuhören Und er ist immer für mich da Das ist das Schönste Was man über einen Mann sagen kann Was ist eigentlich mit Papa los? Wir haben eine kleine Flaute, das ist alles An Weihnachten hat er kaum ein Wort gesagt Und jetzt wird er sofort pampig Er hat einfach gedacht, dass du mal irgendwann in Betrieb reinnehmen wirst Oder wenigstens seinen Schwiegersohn Und deswegen kommt ihr nie nach München, wenn ich euch einlade? Wie oft wart ihr in den letzten drei Jahren bei mir? Zweimal oder dreimal? Er gewöhnt sich schon noch daran Es ist alles eine Frage der Zeit Ich verstehe nicht, wie du es mit Papas Launen aushältst Da gibt es nichts auszuhalten Wir verstehen uns prima Verliebt wie am ersten Tag So, der Gast zuerst Bleib vorläufig mal beim Salatpaket Fred Danke Hans ist Jurist Im Moment prüft er verschiedene Stellenangebote Arbeitslos Ja, vorübergehend Und wovon leben Sie? Die beiden machen das schon Kennt ihr euch schon lange? Ewig Oder? Ja, so konnte ich mir jedenfalls beugen Hans hat sich bei uns im Atelier einen Anzug machen lassen Ist das der? Mhm, ja Sieht gut aus Danke Keinen Job Keinen Job Aber einen Maßanzug Na ja, ohne Maßanzug keinen Job In München trägt man sowas Katrin und ich, wir haben ja sofort gemerkt, dass wir das gleiche wollen Ne, bitte Süß Hans schaut sich jeden meiner Entwürfe an Er hat einen tollen Geschmack Hör auf Na ja Na ja Nachtisch? Ja, bitte Warum bist du so unfreundlich zu ihm? Er lässt sich durchfüttern Für uns war es früher auch nicht immer einfach Wir wollen das Gleiche Wir haben den gleichen Geschmack Du vermisst deine Tochter Du vermisst deine Tochter Er schläft in ihrem Bett Und du unterstützt das auch noch Früher, da warst du nicht so brüde Wir waren genauso Ich habe mich nie so albern benommen wie dieser Gupi Du Du, du hast so getan, dass wir sich für Brathühner interessieren, nur weil ich die damals verkauft habe Und nach einer Woche Da hast du mir einen Heiratsantrag gemacht Ach Unsinn Du warst so verrückt und fröhlich Und deswegen habe ich mich in dich verliebt Hast du das vergessen? Wenn Katrin heiratet, müssen wir alles bezahlen Ist dir das klar? Bloß weil sie meine Tochter ist, muss ich doch nicht alles gut finden, was sie tut Und dann muss ich mich auch nicht machen, was sie tut Oh Gott, hast du mich erschreckt? Wir machen ein Mondschein-Picknick. Am alten Steg? Nein. Ist das immer noch der Treffpunkt für alle Verliebten? Du kennst den? Na klar! Fritt hat sich damals mächtig ins Zoll gelegt. Papa? Fred hat beim Fischerstechen mitgemacht, nur um mir den Siegertanz zu schenken. Einer Frau aus München. Haha, auf der ganze Dorfstand, komm! Hans wandert auf mich. Kathrinchen! Weißt du doch, dein Vater liebt dich. Du bist alles für ihn. Er hat seine merkwürdige Art, das zu zeigen. Kennst ihn doch. Und was ist mit dir? Bist du glücklich? Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Mama. Toh, Mama. Perf... Was ist das? Ich bin Äh, 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 äh. Katrinchen, doch, die zwei von euch. Nein, Mama, wir brauchen die. Nein, wir haben genug zu essen. Oh. Mama, nein, wir brauchen die. Mama, nein, wir brauchen die. Doch, wir nehmen die gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Ach, ich komm noch mit uns. Ja. Wiedersehen. Du bist in München jederzeit willkommen. Auch alleine. Aha. Tschüss. Katrin schafft das schon. Brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Mach mir eher Sorgen um mich. Was ist los, Rieke? Ach, wenn ich die Verliebten sehe, dann fühle ich mich irgendwie uralt. Selbst gezüchtet, selbst gefüttert, selbst gefangen. Ich würde auch so gerne mal wieder im Mondschein picknicken und die Nacht zum Tag machen. Willst du dich verlieben? Ach, ich möchte so gern meinen Mann zurück, wie er mal war. Den feurigen Fischer, der dir den Siegertanz schenkt. Warum nicht? Charlotte? In der Früh gemeinsam auf dem Feld. Am Nachmittag der Markt. Am Abend im Bett die Buchhaltung. Also, welche Ehe hält das aus? Genau. Deswegen lautet unser heutiges Thema der Familienbetrieb nach Feierabend. Ich denke, das geht hier um das Fischerstechen. Na, das ist ja die Suchparty. Die Frau von der Charlotte, die im Scheißhausanwalt, die hat doch eine Wäsche raus. Glockenzehen. Glockenzehen. Komm, nein! Nein! So schön ist es! Oh. So schön ist es noch. Ho. Schmeinack, du. Ja, Wahnsinn! Bis zum Fischerstrecken verwandeln wir Reutberg in eine Oase der Sinnlichkeit. Das ist nichts für mich. Du, Tochter aus dem Haus, finanzielle Schwierigkeiten mit Life Crisis müssen schneller geschehen, als man denkt. Fried ist auch ohne Taxi-Übergabe topfelt. Wie ein junger Gott. Ich rede doch vom Schorsch, meinem Ex. Wie war es bei den Landfrauen? Charlotte ist auf Freiesfüßen unterwegs. Das ist nichts Neues. Der 15. Oktober. Was sagt dir das? Fischmarkt in Schongau, 26 Vorbestellungen, 100 Forellen, 32 Welser. Am 15. Oktober sind wir 21 Jahre verheiratet. Schon. Wenn ich mir was wünsche, schenkst du es mir dann? Wir haben kein Geld für Diamanten, solange Kathi nicht unter der Haube ist. Es hat damit zu tun, wie wir uns kennengelernt haben. Du wünschst dir ein fettes Brathuhn? Oh, Fred! Der hast du damals verkauft. Bruno Meyers barbarisches Brathuhn. Ich erinnere mich genau. Es ist nichts, was man kaufen kann. Sag doch einfach! Du musst dich schon ein bisschen mehr anstrengen. Hm? Hm? Fred? Ich gebe zu, ich bin gestern mitten in deiner Quizshow eingeschlafen. Hallo, spreche ich mit dem Telefonjoker. Ja, es ist so. Meine Frau wünscht sich etwas zum Hochzeitstag. Ich komme nicht drauf. Ich mache den Stand. Ideales Picknickwetter. Picknick. Picknick? Männer verstehen keine Andeutungen. Wenn du was willst, sag es ihm direkt. Heute um fünf, am alten Steg. So wie früher. Ich mache das. Was ist denn jetzt? Oh nein! Verkomm ich! Hey! 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 Da bist du! Wie siehst du denn aus? So geht es nicht mehr weiter. Du hättest mich abholen können! Spinnst du? Warum hast du mir nicht gesagt, dass wir Schulden haben? Du hast recht. Warum bemühe ich mich, wo du mit einer schlechten Laune die gesamte Kundschaft vertreibst? Es ist ja auch egal, wann wir an Pleite gehen. Jetzt oder in zehn Jahren. Es ist ja ohnehin niemand da, der den Betrieb übernehmen will. Fried, erinnerst du dich noch daran, wie wir den Ball zum Fischerstechen eröffnet haben? Was soll die Frage? Damals habe ich wirklich gedacht, dass wir alles gemeinsam schaffen können, du und ich. Rieke, es geht um unsere Existenz und du redest vom Tanzen. Sag, dass uns mehr verbindet als gemeinsame Schulden. Lass uns doch mal durchstarten. Was hat das mit dem Fischerstechen zu tun? Ein Sieg, das ist kostenlose Werbung. Wir zeigen es all denen, die uns längst abgeschrieben haben. Du meinst, ich soll zum Fischerstechen antreten? Ja! Ich trainiere dich. Nein, nein. Ich bin froh, wenn ich abends auf meinem Sofa liegen kann. Wie lange willst du da liegen? Noch 20 Jahre? Nenn mir einen vernünftigen Grund, warum ich beim Fischerstechen mitmachen soll. Weil du mich liebst? Ja. Und weil du mir ein ganz besonderes Geschenk zu unserem Hauptzeitstag machen möchtest. Nämlich einen Siegertanz. Sind das jetzt die Wechseljahre oder was? Die Wechseljahre oder was? Die Wechseljahre oder was? Untertitelung. BR 2018 Wir haben Antwort auf deine Bewerbungen Zu unserer Entlastung schicken wir Ihnen die Bewerbungsunterlagen zurück Und von wem ist dieser kleine Umschlag? Zeig mal. Nein. Das ist mein Job. Zeig mal Katholischer Familie verpasst. Die Familie ist doch gut, oder? Sehr geehrter Herr Klein Leider müssen wir Ihnen mitteilen Blablabla Für uns nur ein verheirateter Anwalt Zu jung, zu unerfahren, zu ledig 150 Bewerbungen, keiner will mich Ich will dich Wenn du mich fragen würdest, ob ich dich heiraten will, ich würde es mir überlegen Wegen einem katholischen Familienverband Nein, wegen dir Ich gehe noch schnell Brötchen holen Amelade ist alle Beifall bei der!!! Ach ja, das ist ein kleines Wollt ihr? Was ist denn? Möden Mensch 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 Ich weiß nicht. Katrin? Fried? Bist du das? Willst du mich halten? Ich glaube nicht, dass mein Mann damit einverstanden wäre. Ich lege sie alle wieder hin. Geschenkt. Ich habe alles vermasselt. Überhaupt nicht. Es ist einfach nicht mein Tag. Es ist auch nicht mein Jahr. Gott sei Dank, du bist hier. Papa hat mich schon angerufen. Sag mal, warum gehst du nie ans Telefon? Was macht ihr hier eigentlich? Sind die für mich? Von deiner Mutter. Kann ich ein paar Tage bei euch wohnen? Ja, na klar. Solange du willst. Nach München? Ich? Nein, nein, Kathi. Deine Mutter hat mich verlassen. Wenn sie was von mir will, sie weiß, wo sie mich findet. Sag ihr das. Das ist kein Gewitter, das verüberzieht. Das ist ernst. Ich gehe in kein Wirtshaus. Ich habe keine Affären. Ich arbeite Tag und Nacht. Was will sie denn noch? Mir brauchst du nichts zu erklären. Mich stört das nicht, dass du langweilig bist. Was bin ich? Langweilig. Bequem und ein selbstmitleidiger Kotzbrocken. Wie bitte? Ohne die Rieke wären wir längst bankrot. Die Kunden, Kundinnen, die meiden uns. Von Frauen verstehst du nämlich gar nichts. Du kannst auch gehen. Ihr könnt alle gehen! Ich habe eine Anstellung auf Lebenszeit. Von der Chefin unterschrieben. Ich habe wohl gar nichts mehr zu sagen. Wie? Wie wäre es mit einer Entschuldigung an Riekes Adresse? Ist das nur das letzte Futter? Ja. Wenn Rieke keine Lieferung organisiert hat? Ja. Ich kriege den Betrieb wieder hoch. Ganz alleine! Die Rieke wird noch bereuen, dass sie mich verlassen hat. Ich vermisse sie auch. Du musst ihm klar sagen, was dir fehlt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Egal, was man deinem Vater sagt, er versteht nur Fisch. Ich hätte ein aufregendes Leben haben können. Ich hätte reisen können. Aber was mache ich? Ich heirate mit 21 Jahren und gründe eine Familie. Du musst mir versprechen, nie, aber auch nie denselben Fehler zu machen. Hast du mich verstanden? Wie kommst du denn darauf? Wenn dir jemand einen Heiratsantrag macht, dann lass ihn eine Woche warten. Nicht sofort antworten. Und wie soll es jetzt in Heutberg weitergehen? Keine Ahnung. Ich habe mich lange genug um die Finanzen gekümmert. Jetzt ist er dran. Ich meine nicht die Fischzucht, Mama. Ich meine dich und Papa. Als wir ganz frisch verliebt waren, da hatte ein Vater sich sogar einmal mich geprügelt. Nur weil er Angst hatte, mich zu verlieren. Beim Fischerstechen. Wenn er mich zurückhaben will, dann muss er mich schon wuppeln. Gut so. Und dabei bleibst du. Du hast lange genug für Papa die Kastanien aus dem Feuer geholt. Geht. Weißt du, bei meinem Vater helfen einfach keine Worte. Der muss erst spüren, wie das ist, wenn die Mama weg ist. Wie du meinst, die kommen wieder zusammen? Natürlich. Wir waren früher auch eine glückliche Familie. Warum sollte das nicht mehr möglich sein? Und bis dahin? Marmelade. Marmelade. Unterstützen wir meine Mutter, so gut es geht. Weißt du, sie ist es nicht gewöhnt, mal an dich zu denken. Komm, die ist gerade zum ersten Mal alleine in die Stadt gegangen. Das ist doch ein guter Anfang, oder? Hm. Das gibt's bestimmt. Hm. Nehmt auf mich keine Rücksicht. Hast du was vergessen? Tut einfach so, als wäre ich gar nicht da. Um diese Zeit macht Fred immer sein zweites Frühstück. Vielleicht ruft er Michael mal auf dem Festnetz an. Fred ruft seit einer Woche nicht an. Wieso ausgerechnet heute? Mama, außerdem haben wir einen Anruf geantwortet. Ich bin ihm völlig egal. Nicht klein beigeben. Äh, ich, äh, drehe eine Runde im Park. Hat jemand Lust? Wird schon wieder. Okay. Alles klar. Jetzt kannst du beweisen, wie gut du verhandeln kannst. Die Rieke hat das immer hingekriegt. Charlotte. Charlotte. Ich verstehe, dass du wütend bist. Du brauchst nichts zu sagen. Nicken reicht. Spar dir deine Witze. Bitte. Du hast ja recht. Ich bin ein ungehobelter Klotz. Ich verdiene es, pleite zu gehen. Vergiss es. Bei mir hast du keinen Kredit mehr. Deswegen komme ich gar nicht. Charlotte, ich werde meinen Betrieb dicht machen. Ist nicht dein Ernst? Doch. Aber, bevor ich den Betrieb dicht mache, möchte ich, dass du einmal einen Fisch probierst. Nur ein einziges Mal. Mir schmeckt kein Fisch. Außerdem vertrage ich ihn gar nicht. Charlotte! Der Schorsch hatte eine Fischallergie. Du aber nicht. Jetzt hör mit dem Schorsch auf. Ja, das sage ich ja. Kein Mann der Welt ist es wert, dass man auf die Köstlichkeiten dieser Erde verzichtet. Ich würde dir diesen Fisch sogar eigenhändig fangen und mundgerecht zubereiten. Überleg es dir. Bevor es zu spät ist. Und das Futter? Wart's ab! Wo ist hier bloß eine Steckdose? Ach, Katrinchen, soll ich heute Mittag die Rouladen warm machen von gestern Abend oder soll ich was Neues kochen? Mama, du musst nicht jeden Tag kochen. Aber Rouladen waren immer dein Lieblingsessen. Ich verstehe das ja überhaupt nicht. Du arbeitest jeden Abend bis spät in die Nacht. Und jetzt auch noch am Wochenende. Mama, ich muss das Atelier von mir überzeugen. Von, von meinen Ideen und von meinen Entwürfen und davon, dass ich mehr bin als eine gute Schneiderin. Aber das hier sieht doch wirklich gut aus. Nein, nicht anfassen. Das ist doch nur gesteckt. Ich könnte dir doch vielleicht helfen. Abstecken und zuschneiden. Äh, weißt du ich, ich habe früher viel genäht. Die Kittel von der Hähnebude waren alle von mir. Das wird aber kein Kittel, sondern ein Tommerkleid. Wo ist denn jetzt eine Steckdose? Wenn du mich lässt! Tut mir leid. Ich bereite dir furchtbare Umstände. Ich weiß halt nicht, wo ich sonst hingehen soll. Lass uns zusammen einkaufen gehen. Ich glaube, wir brauchen beide eine Pause. Guten Morgen! Ist denn die Rieke noch immer weg? Oh! Früher sind die Landfrauen noch auf einem Plausch bei der Rieke stehen geblieben. Und die Charlotte hast du auch noch nicht bezirzt. Ein Tag und in unserem Teich schwimmen tote Fische. Sie enttäuscht sich. Da kommt sie. Charlotte, was darf es sein? Was hältst du von Tintenfisch? Oder Seezunge. Charlotte, siehst du hier ein Meer oder einen Kühlwagen mit der Aufschrift Frischdienst aus Finnland? Ach so. Verstehe schon. Vergiss die Seezunge. Du bekommst einen Saibling von mir. Morgen früh bei mir. Frisch aus dem Teich. Du wirst sehen, das ist wie in der Liebe. Den ersten Fisch vergisst man nicht. Na ja. Schauen wir mal. Morgen früh um sieben. Das hat aber nichts mit deinen Schulden zu tun. Natürlich nicht. Nur halb so viel Schmus bei der Rieke und sie wär noch da. Seit deiner Mutter, da ist das überhaupt keine Zeit mehr für uns. Er ist stur und sie leidet. Wie Teenies. Das darf die beiden das miteinander ausmachen. Wären wir auch so, wenn wir ein altes Ehepaar sind? Na ja. Dazu müssten wir erst mal heiraten. Es ist eine Übergangslösung. Weiß sie das? Oh, meine Kleine. Oh, die ersten Zehne. Die ersten Zehne. Bitte. Nein. Oh Gott! Sie haben mich vielleicht erschreckt. Ist das ein alter Labber? Ich hab recht, oder? Die Geschichte mit Bruno ist ewig her und unschön noch dazu. Wieso? Was ist passiert? Ich hab ihn ohne eine Erklärung sitzen lassen. Wegen Fred. Darf ich? Und jetzt, wo es mit Fred Probleme gibt, denken Sie mir an ihn. Bruno Meier. Quatsch! Guck mal, Kathrin. Das ist der Ex von deiner Mutter. Hat eine Tätowierung auf dem Arm. Ach. Ja, das war ein echter Abenteurer. Wahrscheinlich ist er immer noch auf Weltreise. Meier mit A-I-Doc, oder? Meier, Meier. Bruno, da. Ihr von wegen Weltreise. Hier in der Iservorstadt. Tumblinger Straße? 29. Nein. Ich kann Sie da gerne hinfahren, so morgen früh. Sie wollen mich wohl loswerden, oder was? Nein, Mama. Quatsch. Da hast du Hans missverstanden. Wir finden es nämlich total schön, dass du bei uns bist. Charlotte? Komm her. Mach die Hände auf. Augen zu. Wonach riecht das? Nach Fisch. Ja, gut. Gut, dann. Augen zu. Aber der Fisch. Der Fisch, der riecht nach Tannenwäldern. Aber der Fisch, der Fisch, der riecht nach Tannenwäldern. Nach saftigen Wiesen. Nach klarem Quellwasser. Da ist alles drin. Das stimmt. Fred, du bist ein Poet. Was? Da wohnt man im selben Dorf und kennt sich gar nicht richtig. Ja. Die Leute würden dir die Fische aus den Händen reißen, wenn sie wüssten, welche Magie in ihnen stecken. Soll ich sie jedem einzeln erzählen? Du musst Kurse abhalten. Du kannst neue Kunden gewinnen, das schwör ich dir. Ja. Dafür ist es ja nun wohl zu spät. Bei meinen Außenständen. ... ... ... Also bis zum Fischerstechen geht. Danach beginne ich mit dem Ausbau der Pension, dann brauche ich das Geld. Charlotte, ich wusste, du hast ein gutes Herz. Wenn wir zwei nicht zusammenhalten werden, dann. Dann, hat die Rieke eigentlich einen anderen? Wie kommst du darauf? Wie du sie kennengelernt hast, war sie doch mit dem anderen hier. Ach so, na ja, aber das ist ja ewig her. Das weißt du noch? Der wird doch verarztet, nachdem den von der Tanzfläche gekriegt sind. Ja, stimmt. Aber bei einem gebrochenen Herzen, da hilft eben nichts. Wie hieß der nochmal? Uno. Uno Meier. Der ist unverkäuflich. Ist alles in Ordnung mit ihnen? Willst du mich nicht erkennen oder habe ich mich wirklich so verändert? Es kommt darauf an, wieso du hergekommen bist, Rieke. Dein Gang, das Lachen. Die kleinen schwarzen Flecken in den Pupillen. Ich habe nichts vergessen. Nicht die guten Tage und erst recht nicht die schlechten. Wie geht es dir denn so? Erzähl. Nicht so gut wie dir. Verheiratet, ein Kind. Seit die Kleine zur Schule geht, habe ich es über deinen Mann im Betrieb. Am 15. Am 15. Oktober ist dein Hochzeitstag. Ich habe immer noch Freunde, die auf Volksfesten verkaufen. Auch beim Fischerstechen. Du bist immer noch sauer auf mich. Ich wusste einfach nicht, wie ich dir das erklären sollte, das mit Frieden. Du hättest es probieren können. Bruno, es tut mir wirklich leid. Ehrlich. Was fällt dir nach 21 Jahren ein? Ich hätte nicht herkommen sollen. Rieke. Tausendmal habe ich mir vorgestellt, wie das wäre, wenn wir uns wieder begegnen. In keiner Version war ich verschwitzt, unrasiert und trug den Duft von Super-Turbo-Motoröl. Na, Maya. Mein Wagen ist ja immer noch nicht fertig. Wir reden andermal weiter, ja? Ruf mich an. Wie lange soll ich denn noch warten? 25 Prozent weniger Einnahmen und eine kaputte Pumpe. Die Frage ist nur, wie lange wir uns keine Rieke leisten können. Uns fehlt kein Personal. Uns fehlen Kunden. Diesmal. Kochkurs Fred Sattler. Bayerische Fische filetieren und richtig zubereiten. Seit wann gibst du Kochkurse? Seitdem ich nicht mehr langweilig bin. Ich muss mehr von mir zeigen. Von meinem Innenleben. Sagt die Charlotte. Wofür, glaubst du, mache ich das Ganze? Für die Rieke. Für uns. Für uns? Das verstehe ich nicht. Ich möchte, dass die Rieke wieder stolz auf mich ist. Auf mich und auf unseren Betrieb. Ach, Katrin, nicht gut, dass du da bist. Sag mal, das Rote ist ein bisschen heftig, oder? Ich nehme lieber einen Roséton. Gehst du aus? Du hast doch selber gesagt, ich soll was unternehmen. Mama, Hans ist ein Idiot. Das tut mir leid. Nein, Hans hat ja recht. Es ist einfach nicht gut, dass ich hier ewig rumsetze. Und wenn Fritz sich wirklich was aus mir machen würde, wäre er längst da. Machst du auf. Es ist alles ganz harmlos. Sie kennen Katrins Mutter von früher, ist das richtig? Ja. Sie hat bei mir gearbeitet. Kein Volksfest ohne uns. Passau, Straubing, Vilshofen, Reutberg. Aber jetzt habe ich auf Oldtimer umgesattelt. Oldtimer? Ankauf, Verkauf, Reparaturen. Das ist ja toll. Meine ist zwar noch nicht so alt, aber schon ein richtiger Klassiker. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja. Wenn Sie beim Fischerstechen waren, kennen Sie doch auch bestimmt meinen Vater. Ihrem Vater habe ich das einzige Feilchen meines Lebens zu verdanken. Haben Sie was Falsches über Fische gesagt? Freting, jeden Tag bei uns rum. Ich dachte erst, er will in die Hühnchenzucht einsteigen, bis ich dann Rieke von der Tanzfläche holen wollte. Ihre Mutter war umwerfend. Und die kürzesten Rücke, die schönsten Beine, die längsten Nächte. Sie hat ganze Volksfeste in Stimmung gebracht. Meine Mutter. Ein wilder Feger. Das ist ja mein Kleid. Ah, das steht dir großartig. Nein. Geh. Danke. Was machen wir hier eigentlich? Hör mal zu, im Grunde genommen kenne ich dich ja überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob du vereinträchtig bist. Flüchtig, aber längst verjährt. Jetzt pass auf, kennst du den noch? Nein, das ist ja unser alter Wagen, mit dem wir rumgefahren sind. Ich habe immer gewusst, eines Tages kommst du zurück und wir gehen wieder auf große Fahrt. Ich habe ihn zum Wohnwagen umgebaut. Du hast die ganzen Jahre auf mich gewartet? Hallo? Hier ist dein Vater. Ach, Papa. Katja, ich suche die Rezeptbücher von deiner Mutter. Was willst du denn damit? Ich kurble die Umsätze an mit ihren Küchengeheimnissen. Niemand kocht so gut wie deine Mutter. Die sind in der Küche. Ja, da bin ich. Ähm, unter der Arbeitsplatte in der Schublade? Warte. Ja, da sind sie. Du hast recht. Danke. Äh, wie geht's ihr eigentlich? Naja, sie ist... durcheinander. Durcheinander. Wenn sie mit mir sprechen will, ich hätte Zeit. Äh, sie ist gerade nicht zu Haus. Wo ist sie denn? Unterwegs? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Was macht sie am Bahnhof? Hallo? Hallo? Ähm, wegen Modezeitschriften. Da drin. Ach so. Immer aktuell, wie? Ja. Und, kann ich ihr was ausrichten? Nein, nein, du musst dir nichts ausrichten. Die Wahrheit... Pass auf dich auf, meine Kleine... Ja, gut. Tschüss, Papa. Hallo? Ha... Sag mal, spinnst du jetzt total? Naja, wenn du zur Feige bist, ihm die Wahrheit zu sagen. Dir sind meine Eltern doch scheißegal! Du willst doch nur hier weiter im warmen Nest sitzen und dich von mir bedienen lassen! Das ist ja... Das kommt doch von deiner Mutter! Ich hab meine Weltreise immer verschoben. Mit dir kann ich mir alles vorstellen. Machst du das immer so? Du fängst mit einem Erdbeben an und steigerst dich dann so ganz allmählich? Wir haben doch immer von einer großen Tour geträumt. Einmal durch die Wüste, erinnerst du dich? Nirgendwo schmeckt der Tee besser als in der Wüste. Wir waren jung und naiv. Nochmal zwanzig sein. Alles nachholen, was wir versäumt haben. Du musst nur Ja sagen. Das erste Glas ist bitter wie das Leben, das zweite süß wie die Liebe, das dritte sanft wie der Tod. Ich hab einen Mann, ich hab eine Tochter, ich hab einen Betrieb. Und wann hast du zuletzt getan, was du wirklich wolltest? Wann warst du zum letzten Mal richtig glücklich? Wenn du was ändern willst, dann tue es jetzt mit mir. Was hält dich? Ja, ich muss jetzt wirklich gehen. Danke für den schönen Abend. Ich fahr dich. Nein. Lass mir Zeit. Mir ist nicht kalt. Das ist meine Lieblingsjacke. Du musst versprechen, sie wiederzubringen. Mama, wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht um dich. Ich bin zu Fuß zurückgegangen. Ich musste meine Gedanken sortieren. Ja, und kannst du da nicht anrufen, wenn es so spät wird? Sag mal, was würdest du sagen, wenn ich eine Weile wegginge? Verreisen? Andere Länder sehen? Die Welt erobern? Mit diesem Bruno? Warum nicht? Ja, Mama, du kennst den doch kaum. Außerdem, der will sich doch nur an Papa rächen. Nach über 20 Jahren. Und überhaupt, der nützt dich aus. Emotional und finanziell. Stopp, 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 stopp. Bruno ist liebevoll, aufmerksam und komisch. Er interessiert sich dafür, wie es mir geht. Das tut Papa auch. Und er macht sich Sorgen um dich. Davon merke ich nichts. Er hat aber heute angerufen. Und wollte dich auch sprechen. Ich hab ihm übrigens nicht gesagt, wo du warst. Danke. Solltest du mir irgendwas ausrichten? Nein. Siehste? Ja. Na? Wie war der Saibling? Ich hab Fischfrikadellen gemacht. Alles im Mixer und dann paniert und frittiert. War das falsch? Nein, nein. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Diesmal. Kochkurs, Fred Sattler, bayerische Fische filetieren und richtig zubereiten. Sehr gut. Soll ich den Kontakt zu den Landfrauen machen? Was würdest du tun? Doch, in meinem Interesse. Äh, finanziell gesehen. Ach, da bist du ja. Das ist doch aus wie damals, als du deine Zahnspange gekriegt hast. Was? Bin ich zu spät? Das kann man wohl sagen, es sind schon alle da. Ach, du Schwende. Äh. Charlotte Görres, Apparat Fred Sattler, was kann ich für sie... Aufgelegt. Die Sitzung ist eröffnet. Bertha? Ich schlage vor, dass wir dieses Jahr beim Fischerstechen die Kuchentheke selber organisieren. Ja. Für Süßigkeiten verstecken wir doch alle was, oder? Ja, ja, freilich. Wer ist dafür? Du darfst nicht mitstimmen, Fred. Ich möchte einen Vorschlag machen, der in die gleiche Richtung geht. Ah ja, bitte. Also, es ist doch so. Seit Jahrzehnten organisieren wir für unser Fischerstechen Gulaschkanon aus Tölz, Steckerlfisch aus Beuerberg. Flügel aus Kirchbichl. So ist es. Ich frage euch. Müssen wir den anderen Gemeinden das Geld in den Rachen werben? Aufgekommen. Die Frau hat gleich noch dazu. Ich möchte deshalb Folgendes zur Abstimmung bringen. Dieses Jahr verkaufen wir unseren Fisch. Ich liefere, ihr bereitet zu, die Einnahmen teilen. Nein, die haben keinen Fisch an. Jetzt hört es doch erst einmal zu. Ich lade euch hiermit alle zu einem kostenlosen Kochkurs ein. Ich werde jede einzelne von euch höchstpersönlich in die Geheimnisse des Filetierens und der Zubereitung einweihen. Ich verspreche euch, bis zum Fischerstechen seid ihr alle perfekt. Und eure Männer werden euch die Füße küssen. Denn Fisch hält nicht nur jung und macht schlank, er stärkt auch die Manneskraft. Sie wollen sich für unsere Wüstentour einschreiben. Wenn die Reise weit wegführt, so weit weg wie möglich von Reutberg. Nehmen Sie doch Platz. Rieke Sattler, geborene Lansing. Brauchen Sie meinen Personalausweis? Ne, brauche ich nicht. Alter, höchstens 33. 20. Reiseerfahrung? Ja. Spezielle Terminwünsche? So schnell wie möglich, sonst überlege ich es mir noch anders. So, meine Damen, seid ihr bereit? Mehr oder weniger, ja. So, meine Damen, seid ihr bereit? Seht euren Fisch an. Die Haut muss fest sein, sie muss schimmern wie ein Regenbogen. Und in seinen Augen muss sich das Gewässer spiegeln, in dem er gefangen wurde. Dann ist er frisch. Als erstes ziehen wir ihn aus, Stück für Stück. Denkt dabei immer an euren Liebsten. Am besten eignen sich Filetiermesser mit langen, schlanken Klingen. Den Fisch haltet ihr so mit dem Finger am Kopf. Und dann stechen wir mit dem Messer hinterm Kopf über dem Rückgrat in den Fisch. Und dann ziehen wir zügig mit Kraft bis zur Schwanzflosse durch. Jetzt entfernen wir die Gräten. Und zum Schluss ziehen wir uns am liebsten die Haut ab. Und schon habt ihr filetiert. Mauretanien, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, bis ans Ende der Welt. Hast du die Sterne? Seit wann kann man Sterne hören? In der Wüste kann man das. Es ist so still, da hört man manchmal die Sterne fallen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man verliebt ist. In der Wüste muss man auf Überraschungen gefasst sein. Wo bleibt Mama bloß? Ich bin froh, wenn sie irgendwo andersrum Frieden stiftet. Ja, und wenn was passiert ist? Katrin, deiner Mutter geht's ausgezeichnet. Lass mir ein bisschen Platz in meinem Bett. Ah ja, Entschuldigung, es ist dein Bett, richtig. Du hast kalte Füße. Mir ist kalt. Ah ja, Entschuldigung. Podcasts ist Kote drowns. Entschuldigung. Oh Gott. Also den Wagen überhole ich natürlich noch mal gründlich, bevor es losgeht. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber hier riecht es irgendwie ein paar Dähnchen. Findest du? Vielleicht ein bisschen muffig. Ich besorge uns was ganz Modernes. Komfortabel. Wüstentauglich. Unser alter Wagen. Ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist. Lass uns so bald wie möglich aufbrechen. Noch diese Woche. Das ist so spät geworden. Katrin macht sich sicherlich totale Sorgen um mich. Er passt nicht. Zu eng. Die kann man ändern lassen, weißt du? Ja, aber das ist es doch nicht nur. Wenn es jetzt schon nicht stimmt. Wie soll es denn mal werden, wenn es richtig Probleme gibt? Und das merkst du doch auch, oder? Ja, sonst hättest du mich doch schon längst gefragt. Sonst hätte ich dich... Hallo, ihr Lieben. Das ist witzig. Heute kochen ich zum allerletzten Mal. Versprochen. Ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen. Also du und Hans und Katrinchen und Bruno kocht. Danke. Das war ein Abschiedsessen. Bevor wir auf große Fakten... Ich habe dir übrigens was mitgebracht. Schade. Hans und ich haben uns gerade getrennt. Nein. Oh, komm mal her. Oh, das tut mir aber leid. Weißt du was? Dann feiern wir eben zu dritt. Du hast zu mir gesagt, ich soll mindestens eine Woche warten, wenn mir jemand einen Heiratsantrag macht. Und jetzt hast du wie viele Tage gebraucht, um dich für diesen Bruno zu entscheiden? Ich will ihn doch nicht heiraten. Ich will nur eine Weile mit ihm verweisen. Und wie ist Papa dabei, geht es dir egal. Dein Vater braucht dich nicht, sonst hätte er sich längst gerührt. Und du brauchst mich doch auch nicht mehr. Das stimmt aber nicht. Das ist ja ein Fisch. Und was für ein schöner. Du setzt diesem Bruno einen Fisch vor? Also ein Brathändel hätt's ja nun auch getan. Hört mal alle her. Ja, wir haben filetiert, wir haben gekocht, wir haben gebacken. Ich finde, heute gönnen wir uns einen entspannten Nachmittag. Auf euer Wohl. Zum Wohl. Fred, ihr habt den Zeibling daheim ausprobiert. Die waren so was für begeistert. Ich werde es der Erfinderin ausrichten. Ja. Fred, probier mal. Oh, Alter. Ist das nicht unwiderstehlich? Hallo. Du, ich möchte mich für das wundervolle Seminar bedanken. Auf ein erfolgreiches Fischerstechen. Auf dich, Fred. Und auf den Umsatz, den wir beide machen werden. Überraschung. Kathi! Du kommst genau richtig. Das Essen ist fertig. Das ist schon meine zweite Einladung heute. Danke, aber ich hab keinen Hunger. Komm mit. Wo willst du gehen? Nach München. Nach München? Nach München. Erzähl. Was macht dein, ähm... Hans? Hans. Seit wann interessiert dich Hans? Schon immer. Du kannst ihn nicht leiden. Schon vergessen? Du hast recht. Wir haben uns getrennt. Oh. Oh, das tut mir leid. Naja, was willst du auch mit so einem Schnösel im Maßanzug? Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber mit Maßanzügen verdiene ich mein Geld. Ob es dir passt oder nicht. Entschuldige. Hat Rieke mich vermisst? Ein bisschen wenigstens? Hast du sie denn vermisst? Oh ja. Du hast ganz schön vergnügt ausgesehen zwischen den ganzen Landfrauen. Naja, Rieke hat recht. Man muss sich bewegen, dann macht das Leben wieder Spaß. Ich freue mich auf sie. Sie wird ganz schön überrascht sein, mich zu sehen, oder? Oh ja. Und jetzt der Hauptgang. Zander a la Fortuna. Mit Zahnesoos und Apfelstückchen. Greift zu. Ich habe für viel eingekauft. Auf unsere Reise. Auf uns und darauf, dass uns nichts und niemand mehr auseinanderbringt. Hm. Und diese Kunst hast du 20 Jahre an den Falschen verschwendet. Bruno. Ich muss mit dir reden. Was ist los mit dir? Wie vielen Frauen hast du in einem Bodenwagen schon von der Wüste vorgeschwärmt? Und wer ist überhaupt Jenny? Eifersüchtig. Entschuldige. Lass mich nicht sterben. Natürlich nicht. Aber schade. Ich habe es immer ernst gemeint mit der Wüste. Aber du bist nicht ein einziges Mal hingefahren. Jetzt fahre ich an. Mit dir. Du hast einfach Reisefieber. Das ist alles. Hallo? Die sind von meiner Oma. Ja. Ich ver- Das ist alles. Das ist alles. Ich ver- Ich vertraue dir nicht, Bruno. Das ist alles. Bruno, ich... Ich hätte es wissen müssen. Es gibt Dinge, die... ...kann man nicht reparieren. Du bist lieb. Aber das reicht nicht, ne? Rieke? Rieke? Papa, warte! Bist du da? Fred, Sattler, das ist ja nicht das, was du denkst. Was Dämlicheres fällt dir wohl nicht ein. Du Neue! Dich bringe ich um! Papa, nicht! Fred! Fred! Lass mich los! Fred! Lass mich los! Fred! Wer mit meiner Tochter nicht auskommt, der gehört bestraft! Wenn du meine Kontaktlinse findest, schmeiß sie weg! Oder ruf mich an! Aber frühestens in einem Monat! In der Woche ist auch okay! Ich habe mich wie ein Idiot benommen Papa war nicht besser Es wird höchste Zeit, dass du zurückgehst nach Heutberg Charlotte Er war gut gelaunt Mich sogar nach Hans gefragt Ich habe mir immer gewünscht, dass unser Hochzeitstag was ganz Besonderes wird Was hast du vor? Ich gewinne das Fischerstechen und fordere Fried zum Siegertanz auf Du spinnst ja Wir haben 21 tolle Jahre miteinander verbracht Wenn sie es dafür nicht zu kämpfen, und für was denn dann? Steht dir besser als mir Danke, Kathrin Sag mal, musst du eigentlich noch einen Auftrag an? Also, für ein Kostüm zum Fischerstechen? Jederzeit Das ist ein Kostüm zum Fischerstechen Das ist ein Kostüm zum Fischerstechen Du, Fred Fred ist mein neues Messer, richtig? Du wirst es beim ersten Schnitt spüren Aber denk an deine Liebsten Ob ich auch mal in München kuren soll? Ja Hallo, Bertha Hallo, Rike Hallo, Fred Hallo, Xaver Was willst du hier doch? Könntest du mich vor allen Leuten lächerlich machen? Ich komme zum Fischerstechen Wie bitte? Keine Angst, ich ziehe nicht bei dir ein Es soll hier eine wunderschöne Pension geben Das ist nicht dein Ernst Du brauchst dich nicht um mich zu kümmern Was suchst du denn hier? Ich habe Fred immer unter Druck gesetzt Jetzt versuche ich es mal anders Mit der Hoffnung, dass er dir hinterherläuft? Glaubst du, ich habe eine Chance? Wenn ich den so gerne zurückkomme Ich liebe ihn Ich habe ihn immer geliebt Bitte schön Danke, wieder schauen Schönen Tag noch Danke Ich hätte gerne ein Einzelzimmer Am liebsten mit Seeblick Du willst hier übernachten, bei mir? Ja, zum Landfrauentarif Das ist nicht dein Ernst Keine Angst, ich bleibe nur bis zum Fischerstechen Ich bin leider ausgebucht Das ist die Rumpelkammer Klingt gemütlich Grüß Fred von mir Grüß Fred von mir Ähm, ich möchte mich in die Teilnehmerliste eintragen Die Damen gehen vor Sind ja alles Gentlemen Frauen sind zum Fischerstechen nicht zugelassen Ich habe in den Statuten nachgelesen Da steht das nirgendwo Es ist unüblich Rieke Sattler Bitte Haben Sie eine Ausrüstung, Frau Sattler? Im Schuppen Moment, Moment Die gehört mir Seit wann interessiert er sich für das Stechen? Was willst du hier regeln? Ich lebe seit 20 Jahren hier Das ist auch meine Heimat Fred Sattler Du bist ein Freund, du Der Nächste, bitte Das wird nix Das wird nix Du bist ja keine 20 mehr Ach, was Ja, es geht nicht Charlotte kocht zu gut Ich habe gedacht, du träumst davon Dass die mehr verhätschelt von vorn bis hinten Ach, geh Was mache ich jetzt? Mehr Bewegung Nicht so viel grübeln Du meinst so richtig Ab morgen Was ist das? Sven Chuty Entspannt Ich will mich nicht mehr entspannen Ich habe mich viel zu lange entspannt Ich muss ja vorsichtig werden Wenn wir das Fischerstechen hinter uns haben, dann gehört Reutberg uns beiden Servus Ich bleib bis zum Fischerstechen hier, wenn's recht ist Wie wär's mit dem? Ist der nicht zu groß? Vergessen Sie die Kalorien Fisch macht schlank und hält jung Sehen Sie mich an Wird das nicht zu teuer? Ach was? 12,70 Euro Mit sechs Euro sind Sie dabei Schuppen, Schnupper, Sonderpreis Lachen locker die Muskeln Und das Portemonnaie Die Leute wollen keinen Fisch Sie wollen Unterhaltung Der nächste bitte Einen Saibling Bitte sehr Kannst du schwimmen? Ja Hast du Schuppen? Ja Oh, dann bist du einfach auch ein Fisch Entschuldigung, ist da jemand? Ich hätte nämlich gerne eine Zwiebel Grüß dich, Bertha Bleib bei mir Jetzt muss ja direkt keiner im Leid tun Die macht sich ja total lächerlich Findst du? Wenn ich damit ins Wasser falle, dann verwechseln die mich glatt mit einer Boje Aber das sind nun mal die traditionellen Kostüme Das muss ich hier einfach wirklich englisch Und da oben hier Das muss einfach tiefer, der Ausschnitt Halt doch mal Ja So Bauch einziehen, Papa Der ist eingezogen Ja, dann hilft nur noch Extraschloch Kriegst du das hin? Maßanzüge sind meine Spezialität Ja, ausziehen Ja Was macht denn die Rieke so? Willst du mich aushorchen? Natürlich nicht Das ist gut Ich bin nämlich unparteiisch So Und ich dachte immer, du bist auf der Seite deiner Mutter Ich habe zwei Eltern Ich gönne euch beiden, Dienzig Brav Hopp Du Hey, ich bin kitzelig Komm Ich fühl mich Ich fühl mich Wie ein mittelalterliches Dorf, das dem Erdboden gleich gemacht wird Willst du aufgeben? Das ganze Dorf biebt vor Aufregung über euer Ehe-Duell Aber was ist, wenn ich was sage? Zeig's dem Fred Er hat's verdient Komm Sauber, Rieke Wow, Mama Jetzt wird's Zeit, dass losgeht, ha? Ja, mir reicht's auch langsam Danke Du siehst wunderbar aus Du aber auch Wollst du das Kleid her? Papa, das habe ich selbst geschneidert Und ist es für die neue Kollektion angenommen Kathi, ich bin froh, dass wir dich was Anständiges haben lernen lassen Du hast etwas Besseres verdient als ein Teich voller Fische Ich freue mich, Sie alle zum 43. Reutberger Fischerstechen zu begrüßen Halt mir die Daumen Seit Wochen schwirrt es vor begeisterten Umtrieben in Reutberg Die Tradition lebt Jetzt noch die Regeln In den Booten sitzen je ein Ruderer und ein Mann als Gegengewicht Für den Stecher, der bewaffnet mit einer 2,20 Meter Lanze Und aus der Planke am Höchst eines Bootes steht Sie kämpfen einzeln gegeneinander Mann gegen Mann Und der Sieger darf dann mit einem Dirndl seiner Wahl Oder am Burm Oder mit einem Burm seiner Wahl den traditionellen Festball eröffnen Möge der Beste gewinnen Der erste Kämpfer Lommel Alois Der Gegner ist Der Bierpichtler Donne Achtung, auf geht's Blumen Das geht um Kraft, das geht um Geschicklichkeit Ja, ja, Drucker Ja, ja, Toni Toni, Schirr, Junge Ja, jetzt, also jetzt An geht's An geht's Noch kannst du aussteigen Du träumst, Fred Sattler Ich nehme keine Rücksicht auf alte Herren Deshalb hast du auch nicht angerufen Dein Telefon funktioniert genauso Soll ich mit einem Liebhaber plaudern? Wer betrügt hier wen? Ich betrüge niemanden Und was ist mit Charlotte? Ah, der Betrieb läuft wieder, du könntest dich freuen Du begreifst das einfach nicht Ich möchte wieder was mit ihr gemeinsam machen, so wie früher Und warum sagst du das nicht? Hab ich doch Wann? Du bist zum Fisch mutiert, Fred Sattler Wir haben ein Erinnerungsvermögen von sieben Sekunden Die nächste Fahrung Zum ersten Mal tritt eine Frau um die Ehre der Fischerzunft an Sattler Henrike Wir haben es mit einem familieninternen Wettstreit zu tun Sattler Henrike gegen Sattler Fred Viel Glück, Mama Für dich auch, Papa So, ich bin wieder in der lauer Stellung So, das Fadenkreuz wieder im Auge Und auf geht's 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 Wenn zwei gute zusammenkommen, geht's zart. Da geht's nur zart. Wer gewinnt? Du nicht. Aber das weißt du ja schon. Segen kann jeder. Verlieren ist die wahre Kunst. Außerdem, Kerle wie Fred sind nur für Abenteuergut. Oder was meinst du? Xaver. Du bist gemein. Fredsat, du bist fies. 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 Ich glaube, die Rieke ist als erst reingefallen. Nein, nein, der Fred hat verloren. Ja, hat denn niemand eine Zeitlupe dabei? Laut Statuten muss wiederholt werden. Ach, der hatte keine Augen im Kopf. Paragraf 7, ich habe nicht eingelesen. Wer sahen Sie? Das schießt nicht, doch nicht. Was lachst du? Dein Hut. Wer hat eigentlich gewonnen? Du, du hast gewonnen. Sie diskutieren das auch. Sie machen das auch. Die haben uns vergessen. Wo schwimmst du hin? Das ist die falsche Richtung. Wer weiß das schon? Zum alten Steg. Jetzt, der es da ist. Ich muss mich überholen. Mir ist nicht kalt. Tu nicht so. Na komm, komm. Fred, wenn es noch lange dauert, geht das... Du hast den Betrieb ja wieder mächtig in Schwung gebracht. Die Arbeit macht mir wieder Spaß. Auch ohne Erben? Fisch ist nicht alles. Es nutzt ein Familienunternehmen, wenn man abends alleine ist. Du warst abends immer alleine. Mir kommen die Tränen. Na ja, nicht immer. Du ja auch nicht. Okay. Bisschen quitt. An unserem Hochzeitstag am 15. Oktober könnten wir doch mal ein paar Tage wegfahren. An die See. Rieke, wenn ich Wasser sehe, muss ich an Fisch denken in die Berge, bitte. Na gut, wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit, uns zu einigen. Die haben den neuen Fischerkönig. Ohne uns. Was ist das Letzte? Sowas. Probierst du es nochmal mit mir? Ich weiß, ich teile mein Leben mit 10.000 Fischen. Ich neige zum Sekundenschlaf. Ich bin Ehrenmitglied im Landfrauenverband. Und ich liebe dich. Sie spielen ja unser Lieblingslied.